Liebe Freunde, seid gegrüßt, hier ist MD Vegan. Heute mache ich einen Wildkräuterschmusi. Und zwar habe ich mir vom Markt einfach mal so zwei heimbevolle Wildkräuter mitgebracht, also toller Kräuterstand, die hat frische Salate immer und tolle grüne Kräuter, Wilde, Löwenzahn drin natürlich, Sauerarmfatz ein bisschen. Ich weiß nicht, was das alles ist, ich habe es gar nicht genau geguckt. Ja, müsst ihr mal gucken, da ist vielleicht noch ein bisschen Mambo dabei. Alles mögliche hat sie da drin. Bin jetzt gar nicht sicher. Jedenfalls sieht das sehr lecker und frisch aus. Das ist ja bei grünen Kräutern das Wichtigste, dass sie wild sind, diese Wildkräuter und eben auch bunt und verschieden. Die meisten, ganz viele kann man essen. Na, so ein kleines, eine kleine Fruchtfliege hat sich hier verloren, die natürlich nicht mit gemixt werden soll. Also schön aufgepasst. Da habe ich noch fünf Bananen dazu. Das ist meine Grundlage für viele Schwusis. Bananen sind sehr gesund. Habe ich es öfteren schon erläutert. Nicht nur wegen der vielen Nährstoffe, auch sind da Stoffe drin, die Dyx-Hormone aktivieren. So ähnlich wie Serotonin im Gehirn. Das ist was ganz, ganz was Wichtiges für unsere Brudel finden. So wie Schokolade auch. Bananen sind da sehr, sehr toll. Da breche ich ein paar ganz klein, damit sie unten in die Klingen geraten, damit es gleich losgeht mit dem Mixer, wenn es lange dauert. Und dazu kommt noch eine halbe Aukadu. Die macht gerade zusammen mit der Banane so einen leichten, lockeren Effekt. Alles wird dann schön cremig, noch cremiger als Banane. So auch so ein bisschen luftig. Das ist sehr schön. Und bürft du dann einen kleinen Schluck Wasser rein. Einfach nur so, um die Klingen unten ein bisschen in Gang zu bringen. Könnte man auch ohne Wasser machen. Das ist nicht der Rede wert jetzt. Aber vielleicht brauche ich noch ein bisschen mehr wegen der Cremigkeit insgesamt. Mal schauen. Also ich habe jetzt extra mal nur wirklich drei Zutaten. Banane, Avocado, wenig Avocado und eine gute Handvoll Wildkräuter. Nur mal zu sehen, wie das schmeckt. Das kann bestimmt auch verfeinert werden. Andere Zutaten wie Zitrone und so weiter. Erstmal nur zum Anfang sehen, wie das überhaupt schmeckt. Die Wildkräuter haben ja so einen vielfältigen Geschmack. Das ist das Tolle an Wildkräutern, dass die so biodivers sind. Also die Biodiversität ist die wichtigsten Eigenschaft unserer Natur. Diese Vielfalt in der Natur, die macht auch sozusagen die Vielfalt des Lebens aus. Eine ganz wichtige Grundlage für unsere Gesundheit. Oh. Hm. Das wird ein bisschen mehr ausnahmisch die drin haben. Dann werden die einfach so eine feine Bitternote dabei. Dann haben wir auch Säuren dabei. Also ganz viel verschiedene Geschmäcker sind dabei. Und die erstmal nur zu schmecken, ja, zu genießen auf so einer recht neutralen Grundlage. Die Süße der Banane gleicht so ein bisschen dieses Bittere aus von einigen Kräutern. Nicht sehr stark. Ja, in Lügenzeit ist das Bitterste dabei überhaupt. Das reicht schon. Nur kurz das Wasser untermischen. Damit es ein bisschen flüssiger wird. Und der Geschmack war schon ganz okay. Mit diesem ganz charakteristischen Geschmack der Kräuter. Lecker. Gar nicht mal bitter. So eine Note dabei. Also sehr interessant. Ist das toll bei Wildkräutern. Diese Vielfalt, die kann man schlecht beschreiben mit Worten. Weil die halt wirklich so verschiedene Elemente, Komponenten haben und man noch gar nicht so benennen kann. So sieht er aus. Ein ganz normales Bundeswehrgrün würde ich sagen. Entschuldigung. Aber Tarnfarbe, ja. Aber der Geschmack ist toll. Und der Gesundheitswert 1a. Sehr zu empfehlen. Holt euch die Wildkräuter vom Markt. Die sind nicht teuer. Und halten sich auch ganz gut im Kühlschrank. Und so leicht zuzubereiten. Salaten, Schmusis und Suppen und so weiter. Und super gesund. Es gibt nichts Gesunderes. Also viel Spaß dabei. MD-Vegan abonnieren auf YouTube. Jeden Tag ein neues Rezept bekommen und kommunizieren. Aus organizerin查ben und schluss.